Hallo liebe Technikfreunde und herzlich willkommen zu diesem Video. iOS 7 steht vor der Tür und in diesem Video geht es darum, was kommen wird und was ich mir wünsche. Also bleibt dran. Ja, wie gesagt, in ca. einer Woche beginnt die WWDC, Apples weltweite Entwicklerkonferenz, mit einer Keynote. Auf dieser Keynote werden wahrscheinlich Neuerungen im Mac-Bereich, d.h. auch OSX, aber vor allem im iOS-Bereich erwartet. iOS, ja, wurde immer mal geupdatet, seit dem ersten iPhone natürlich, aber wirklich neues Interface oder wirklich riesige innovative Schritte sind seitdem nicht mehr vergangen. Es sieht immer noch so ziemlich aus wie beim ersten iPhone, wenn man sich mal so den Homescreen z.B. anguckt. Nun ist es aber so, dass im vergangenen Jahr der bisherige iOS-Chef Scott Forstel ja mehr oder weniger gefeuert wurde und stattdessen der Chefdesigner der Produkte bei Apple, Jonathan Ive, zu seinem Nachfolger bestimmt wurde. Jonathan Ive, das ist der Mensch, der auch diese ganzen Produkte vom Äußeren, vom Design her beeinflusst hat und der diesen ganzen Hype, diesen ganzen Apple-Hype erst wirklich möglich gemacht hat durch seine wirklich schönen Designs. Und Jonathan Ive ist halt wirklich ein Verfechter dieser klaren Designlinie, gerade Linien und nicht viel Schnickschnack. Und dadurch, dass er jetzt auch zum Designer im OSX- und iOS-Bereich geworden ist, ist jetzt stark davon auszugehen, dass diese Denkensweise auch in die Software-Sachen eingehen wird. Ja, also wie gesagt, vor allem iOS wird er sich jetzt zuerst vornehmen und es mal grundlegend überarbeiten, denn im iOS sind wirklich schon einige Apps, die wirklich angestaubt sind. Steve Jobs als auch halt der iOS-Entwickler Scott Forstel waren Verfechter des Goi-Morphismus. Das ist ein wirklich kompliziertes Wort, was es bedeutet, sage ich gleich. Und Jonathan Ive ist ein strikter Gegner dieser Linie und ist halt wirklich gegen den Goi-Morphismus. Ganz kurz zur Erklärung. Goi-Morphismus ist, wenn Objekte der Realität einfach in Software übernommen werden. Zum Beispiel, dass ein Notizprogramm aussieht wie ein Notizbuch. Das ist natürlich schön, aber es bringt wirklich nicht mehr im Bedienerischen. Und genau das ist auch der Standpunkt von Jonathan Ive. Er sagt einfach, dass ein Design, was an die Realität angelehnt ist, überhaupt keinen Mehrwert hat in der Benutzung. Und deswegen ist er ein starker Gegner vom Goi-Morphismus. Wir könnten also davon ausgehen, dass in iOS 7 unter Jonathan Ives Handschrift eine große Designänderung vollzogen wird. Und es wirklich mehr zum schlichten und einfachen Design geht. Ohne Schatten und Reflektionen und all das, was bisher in iOS wirklich gang und gäbe war. Damit sind wir jetzt auch schon dabei, was ich mir wünsche und was wahrscheinlich kommen wird in iOS 7. Und in erster Linie, das hatten wir jetzt auch gesagt, wird es große Designänderungen geben. Und das ist auch was, was ich wirklich beglückwünschen würde. Dazu kommt dann auch, dass mehr Offenheit wahrscheinlich ins System eintritt. Wobei jetzt nicht in dem Sinne, dass man per Bluetooth alles machen kann oder sich Apps aus dem Internet runterladen kann. Das macht Apple einfach nicht. Das ist nicht deren Art. Finde ich nicht immer schön, aber es ist so. Es ist mehr so, dass Apps wahrscheinlich noch mehr auf die Funktionen des iPhones zugreifen können. Als nächstes ist aber auch der Punkt mehr Features. Und zwar in dem Sinne, dass nicht nur neues Design kommt, sondern halt auch mehr Funktionen das Betriebssystem bereichern werden. Und da sind wirklich Sachen, die einfach rein müssen. Die unter Android zum Beispiel schon lange gang und gäbe sind und unter iOS wirklich dringend notwendig sind. Und das sind so Sachen, die in der Jaybreak-Szene schon lange möglich sind, sich da einfach Tweaks runterzuladen, wie zum Beispiel SB-Settings oder Auxo. Das heißt, Apple müsste eigentlich einfach nur solche Sachen übernehmen und dann hätten sie schon deutlich bessere Sachen in ihrem Betriebssystem. Zum Beispiel Auxo möchte ich nochmal besonders hervorheben. Einfach schnell Zugriffe in der Multitasking-Bar und es wären wirklich viel mehr Nutzer zufrieden mit iOS. Dazu sind halt noch so Sachen, dass man einfach alle Apps in der Multitasking-Leiste auf einmal löschen kann. Und einfach ganz einfache Sachen, die Apple schon seit mehreren Updates, bestimmt drei, vier Versionen, nicht berücksichtigt, obwohl sich Apple, obwohl sich die Benutzer das wünschen. Ja, das sind jetzt vier Punkte. Nicht wirklich viel, aber es sind wirklich große Punkte. Und Apple muss da wirklich viel schrauben an ihrem Betriebssystem, damit das alles umgesetzt werden kann. Dann möchte ich noch einige kurze Worte über die ganzen vielen, vielen Konzepte für iOS 7 verlieren. Und da wurde man ja wirklich überhäuft vor dem Event, was jetzt demnächst ansteht, mit Konzepten im Flat-Design. So heißt ja dieses flache Design, für das Jonathan Ive einsteht sozusagen. Und ja, das ist... Ich habe wirklich keins gesehen, was mir wirklich gefallen hat. Kein einziges Video, kein einziges Bild von irgendeiner Oberfläche, was mir wirklich gefallen hat. Und das liegt daran, dass dieses Flat-Design wirklich extrem schwierig zu designen ist. Man denkt, ja, hat ja nicht mal Schatten, hat keine Reflektionen und so. Das ist doch bestimmt viel einfacher. Aber nein, ohne Schatten und sowas, alles, was man da heutzutage als Designmöglichkeiten hat, ist es viel schwieriger, etwas zu designen, weil es wirklich gut aussehen muss. Weil man nicht so viele Möglichkeiten hat, das da zu verschnörkeln und die Hässlichkeit, sag ich mal, zu vertuschen. Aber ich denke, dass Jonathan Ive wirklich da Meister in seinem Fach ist und das gut hinkriegen wird. Ich habe in den letzten Jahren wirklich wenige Dinge von Apple gesehen, die ich irgendwie pottenhässlich fand. Von daher bin ich da wirklich zuversichtlich. Ja, das war es dann auch, glaube ich, mit diesem Video. Ist vielleicht länger geworden, als ich dachte. Aber ich denke, damit sind wir durch. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen, einen grünen Daumen da lassen oder sogar ein Abo. Wenn nicht, dann halt nicht. Und dann würde ich euch noch fragen, was sind eure Wünsche, was wollt ihr im nächsten iOS haben, was ist euch wichtig für euer iPhone. Schreibt es in die Kommentare oder auch Verbesserungsvorschläge für meine Videos gerne ab in die Kommentare. Jo, das war es dann auch. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.